Willkommen zu Monis magischer Adventszeit und Türchen Nummer 15. In diesem Türchen geht es um ein Schaufenster, was tatsächlich seit der Eröffnung dieses Shops hier im Discoveryland noch nicht und dekoriert wurde. Hier drinnen findet ihr die ganzen Toy Story, Buzz Lightyear, Merchandise und hier hinter der Wand, da geht jetzt die Brina Mahl hin, findet ihr das Schaufenster. Richtig old-fashioned, oder? Geräusche Die Brinas die Brina Eurogarant Die Brinas Dielemente Gebir ausgebend Aus Sommer Schmald Was El Est auch Untertitelung des ZDF, 2020